Ja, die hat mich geschl- ALTER, ALTER SHIT, scheiße in 10 Sekunden werden die Items removed, fuck, 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 ich muss meine Sachen aufsammeln, ich werde von dem Skelett angegriffen. Yo, Alter, NEIN, WAS MACHST DU, NEIN, OH SHIT, OH SHIT, OH SHIT, OH SHIT, NICHT EXPLODIER LASSEN. Das wollte ich nicht. Was, Alter, der Typ, dieser komische Riesok MC, der macht schon wieder irgendwas mit nem Creeper auf meinem Grundstück. So, dann schaunen wir einfach mal auf den Seffreff und sagen Hello again. Hallo. Und sagen Hello again. Schau mal, die Ellie ist drauf, die Ellie. Hallo Ellie. Ja, okay. Hallo Ellie, ey, die sind alle so arrogant, die sagen nicht mal Hallo. Arrogante Leute, ey, richtig schlimm. Böse, böse Leute. So, wie es aussieht, hat wieder jemand weiter gebaut für mich, oder hab ich das selbst gebaut? Ähm, ich hab keinen Plan. Ne, ich glaub das hat jemand weiter gebaut für mich, genau. Das war nämlich, ich hab jetzt rausgefunden wer das war, das ist der gute Herr Schermann. Der baut hier für mich immer weiter in meinem Haus, das find ich ganz nett eigentlich. Ähm, ja. Also, das find ich cool. Der baut immer in meinem Haus, Alter. Okay, gleich bei ihm. Das find ich, glaub ich, richtig nice. Das find ich schon cool. Wo wohnst du eigentlich, du wohnst irgendwo? Äh, irgendwo am Haus am See, ne? Ich seh dein Haus, glaub ich sogar, oder? Ne, ich wohne neben der Ellie eigentlich. Ja, ich wohne nämlich auch neben der Ellie, auf der anderen Seite sozusagen. Okay, alles klar. Glaub ich weiß, wo du wohnst. Läuft auf jeden Fall. Ähm, ich möchte noch kurz sagen zu meinen Zuschauern, und zwar, dass ich heute mal ein anderes Texture Pack benutze. Keine Ahnung, einfach, dass ich ein Texture Pack drin habe. Keine Ahnung. Äh, das ist das Faithful Texture Pack. Genau. Holst den einfach ab. Okay. Ah, gerne. Ja. Ja, die hat mich geschlagen. Alter! Alter Shit! Ih Junge! Die Ellie hat mich aber runter geboxt, den ganzen Berg, hab' nurture-drei Herzen, El. Wow! Warte, ich, ich box sie hier, irgendwo. Und mach das! Hé! Oh Gott, hier ist doch der. Oh Gott. Daddyyyy! Der hat mich einfach g unut! Hä? VGF?! Was macht er? Ääääääm. Scheisse, Ground Items When Removen. Warte. da hat einer die regel nicht sagt oh mein gott aus dem projekt ich glaube die haben sie aber nicht weil ich bin schon ganz berg runter geflogen deswegen ich bin gestorben jetzt anzeigen ich hole mir meinen anwalt alter die mann meine sachen gibt meine sache ich will ja nicht produktiv sein diese folge jetzt kommen risok mc ich will meine sachen haben die liegen einfach nur hier unten rum scheiße in 10 sekunden wenn die items remove fuck 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 ich muss meine sachen aufs alter nein was oh gott ja ich glaube ein teil von meinen sachen sind einfach weg jetzt oder keine ahnung ich habe auf jeden Fall das wichtigste wieder dabei danke leute ich liebe euch aber aber er hat jetzt die regeln missachtet ich glaube ich werde jetzt anzeigen ja nee gut was heißt anzeigen wenn die projektleiter das jetzt mitbekommen ja ich werde es deswegen nicht meckern weil mich das war nicht so schlimm natürlich als freund meckert man da ja nicht aber ich bin ja der beste freund von allen menschen aber laut regeln muss man das sogar melden oder muss man das ich weiß ich glaube nicht egal ich glaube nicht ich glaube nicht guck mal aber der schermann hat hier auch echt schlampige arbeit geleistet weil er hat ja einfach überall zaunen geklatscht obwohl ich eigentlich glas rein tun wollte das ist ein bisschen blöd aber wenigstens hat er mir jetzt richtig viel zaun geschenkt auch nicht schlecht okay läuft bei ihm ja das läuft richtig bei ihm also ohne ja es läuft bei ihm ich würde fast sogar sagen dass es bei ihm läuft also ich weiß nicht wie es dir geht aber bei mir glasklarer fall hier hat er sogar das glas wieder rausgerissen alter was geht bei dem aber ich habe die schmiedekunst erreicht und mache mir gleich mal ein eisenschwert oha du bist schon ein krasser typ pack 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 da packen wir einfach mal alles nötige zeug rein der hat hier echt teilweise irgendwas wieder rausgerissen der schermann alter was ist mit los mit dem das gibt es doch nicht läuft bei ihm das packen wir auch hier rein so dass es gesaved ist bisschen weiter gebaut aber auch nicht schlecht so ich habe auch überhaupt keine idee wie ich mein haus bauen soll ich habe leider ich habe gerade schon ein bisschen so eine vision gekriegt also da brauchst du ja am besten immer eine vision aber wenn man die nicht hat das kacke ja alter wenn es jetzt da okay apple meldet sich scheißdrecks apple sorry leute aber ich mag ein apple apple meldet sich immer so ja da will dass wir dann update daraus machen sehr geehrter herr aaron bluren ich muss ihnen mitteilen also das was sie mit ihrem iphone gemacht haben das geht überhaupt nicht zum glück habe ich kein spaß natürlich also ich bitte dich kauf endlich ein iphone so ok denkst du es besser mit haften decke zu bauen ich hoffe mal was ist eigentlich das hier auf ein gutes leben lombax ach lombax lebt hier einfach mal oder das lebt einfach daneben an das wäre richtig cool dann wollen wir einfach hier alle nebeneinander ich ja nee das ist wirklich so der der hat jetzt das haus von damaligen flip hier genommen übernommen ok elli steht einfach vor meiner tür und macht die ganz so oft auf und zu läuft ich schenke jetzt ein knochen er hatte der macht es bestimmt spaß und so weiter nee eindringling oh gott ich ich kann nicht mehr schreien ich bin so peter ein die haupte einfach bricht die in mein haus ein dicke ruine oh mann gg ich brauche kabelstein kabelstein herr mal auf was passiert hier gerade back 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 wo ich weiß immer nicht wie man backpack schreibt ziele probleme so ok ich gehe halt durch mein haus in die tür rein nö das ist ja immer das ist ja immer ups boah ey ich muss aber echt ehrlich gesagt sagen diesmal hat echt schermann schlampige arbeit gearbeitet geleistet hier also ich find's echt nicht also der hat echt nicht gut gearbeitet hier sich gar nicht ein so ich hab nicht mal mehr holz kacke boah die folge ist so kacke bis jetzt ja die folge ist richtig kacke ich laufe die ganze zeit irgendwie nur im kreis rum und ich probiere hier irgendwie alles wieder zu checken was hier passiert ist und oh mann wir sind so richtige behinderte da kommt die ganze zeit diese alley ne und die oh so zack da vorne war ein totem aber ich glaube das hat der flip schon gelootet weil er hat mir er hat mir gesagt dass ich in meiner aufnahme dieses totem eigentlich schon sehen sollte ja da war spiegemonster am werk eine sache die ich noch sagen wollte ich habe letztes mal gesagt hier irgendwie boah hier ist ja so eine komische so ein komisches weiß gar nicht was ich gesagt habe irgendwie so eine komische holzkreatur mir ist nachher eingefallen wie behindert bin ich eigentlich das ist ein totem alter aber das war schon entdeckt als kreatur ihr baut one tube der boss ja ne hier baut jetzt noch jemand oder was damit wollt ihr mich alle eigentlich verarschen also ich reißen mich alle ein ich habe überhaupt keinen platz ich sag es ja ich sag es ja hier hat auch bei mir irgendjemand gebaut und da habe ich einfach dem sein privat wald hier abgeholzt und habe einfach eiskalt mein grundstück reingehauen machen wir noch auf was lame bei pickzombie woher kommt pickzombies hier hoppla da ist mir aber mal nichts geschickt passiert ja wo sowas von ok ich habe irgendwie voll geringer fps ich wechsle mal kurz den shader in die leitstellung um boah ich spiele lässt sich die ganze zeit mit dem shader ist richtig cool ja das läuft auf jeden fall aber bei mir funktioniert überhaupt gar nichts mehr ja also auf jeden fall ich brauche cobblestone und ohne cobblestone kann ich nichts nee nicht schon wieder ach egal hoppla hoppla ich wiederhole mich manchmal ziemlich oft sorry es ist ja gleich wenn ich so kick äh so kickt because of spam oder was oh man boah ich holz mich hier gerade durch den ganzen wald ich habe ja eigentlich gesagt ich will das offscreen immer machen dieses farmen aber jetzt mache ich es doch wieder oh man das gibt es doch nicht oh skelett was ich habe ich habe einen baum abgebaut und da ist ein chicken rausgekommen ok what the fuck was geht hier da ist ein chicken rausgekommen ja ich habe den einfach abgebaut und ein chicken ist gespawnt richtig cool ich habe eine kartoffel bekommen von einem zombie cool so komm halt hier oh woodcutting skills increased by one riefkasten oh das ist jetzt sehr hübsch hier so riefkasten erde oh the fuck ein zombie oh mit mega rüstung nein blue nicht sterben komm her sind heute schon genug tode gefördert oh gott ein creeper oh mein gott alter wir sind hier alle die ganze seit fast am verrecken ey man uah ähm oh gott der ist wieder explodiert ey das gibt es doch nicht ich habe mich eingesperrt man ich jage auch die ganze zeit alles in die luft hier bei mir ey das gibt es doch echt nicht ich steige einfach mal auf das pferd drauf ne so jetzt habe ich aber wieder genug äh was hier zum bauen jetzt habe ich nämlich zwei stacks holz wir betreten das grundstück von wolre chris Achtung schleim oh the fuck creeper bei deinem grundstück nein bluren 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 alter scheiße man der wäre fast hochgegangen hä dort war gerade schon einer da habe ich gerade einen in die luft gejagt wow ja hinter dir hinter dir was da vorne da vorne ist er da kommt er ok tot tot nein du weh wie du bist du yo alter nein was machst du nein oh shit oh shit oh shit oh shit nicht explodieren lassen das wollte ich nicht was ist passiert was ist passiert gg das wollte ich nicht maaaann das wollte ich nicht ich bin diese folge zweimal gestorben wegen irgendeiner scheiße alter oh mann das wollte ich nicht oh mann das wollte ich nicht dem bluren ich hasse dich jetzt nein ich liebe dich natürlich oh mann aber deine ganzen sachen sind weg oh mann die sind weg explodiert oh mann und dann explodiert das scheißvieh auch noch was hast du alles gehabt ich möchte ja zurück ja du nicht so besonders zwei stacks holz das war halt eigentlich das einzige was du also unverarbeitetes zwei stacks holz dünnesholz das war das pack pack zwei stacks holz ja ja also ich hab's jetzt zum glück gesehen nichts so wertvolles dabei aber oh reicht den stack euchenholz ja das reicht jetzt mal ich hoffe mal das wird nicht wieder vorkommen mein lieber freund hier also äh unglaublich oh mann das tut mir wirklich leide ja ist jetzt ist schon okay aber ich mein mein grundstück ist eh schon zerbombt von oh mann ja weißt du ich denk mir so nichts dabei und wir töten den creeper einfach ganz schädig ne und auf einmal baff tot ist ich glaub ist ich hab gar nicht mehr genug erde halt um hier alles zu stopfen schau mal weil ich ich hab hier schon mal einen creeper in die luft gejagt hier guck hier hier sind noch 10 oh ja ok das sollte reichen oh mann ey ich wollte einfach nur da ein grundstück vorbeischauen was passiert und scheiß du hast deinen körper einfach nicht unter kontrolle das musst du einfach einsehen es ist meine du kannst deine kraft nicht kontrollieren es ist eine erde weg mann das ist blöd meure meure ok was hab ich das hingeschrieben oh gott ähm afnporta afnporta ja komm ich baue mal ein paar afnporta ein paar äh slabs dann kann ich hier wieder ein bisschen weiter bauen an meinem dach dann baue ich jetzt einfach mein dach ein bisschen weiter dass ich wenigstens schon mal ein zugemachtes haus habe das ist ja auch nicht schlecht so naja natürlich ich muss schon sagen das sieht ziemlich episch aus hier der durchgang hier der ist ja mal ethisch boah da kommt der nächste creeper schon wieder ne tintenfisch ok ok die q2.0 alter weißt du noch die folge bei dir ja ja jetzt kommt es aber mit tintenfisch ich muss jetzt 20 mal wieder reinschneiden alter so ähm ich sag mal nichts ne das war nicht umsonst so genau was alter der typ dieser komische riesock mc der macht schon wieder irgendwas mit einem creeper auf meinem grundstück also wenn der noch in die luft fliegt ne das wäre die abvercreeper folge junge danke mann was kauf ist marag der geht das cool ja läuft wahrscheinlich alter was machen die hier alle fail to craft left the game what the fuck xd fail to craft left the game oh gott er hat das spiel verlassen oh mein gott ich muss mich totlachen hier er hat das spiel verlassen es ist ja ok es ist ja riesock mc hilft mir beim bauen hier alter sehr freundlich ich habe keine ahnung wo ich hier hin laufe wir haben jetzt 17 minuten schon gespielt und ich bin einfach nur verplant ey an dieser 17 minuten schon machst auch 20 minuten parts oder äh also normal standard man dort hier das ist glaubt die arena hier ja ich mach 20 minuten parts aber ich wollte ja auch mal ein bisschen erkundigen hä was ist das ist soll das eine arena sein ich glaube verarschen beta craft anfassen verboten anfassen 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 ich würde es nicht tun weil sonst wirst du noch verhaftet oh von der good life hollig sei hollig sei hollig sei oh ne jetzt habe ich ja keine fackeln in mir ey oh ne jetzt kann ich mir wieder ne so jetzt muss ich mir wieder neue äh kohle herstellen ich habe die ganze zeit immer nur solche komische holzkohle wenn du es so richtig bindert pf 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 so und bis das hier mal alles brennt werde ich erstmal mein Feld abernten weil da habe ich ja von der lieben ellie ein paar Karotten gekriegt die hab ich angepflanzt und die sollten jetzt fertig sein so das ist cool das erfahrt ihr in der nächste Folge eh beste cliffhanger Alter ne ich habe 12 karotten gekriegt das ist auf jeden Fall schonmal nicht schlecht ey das ist cool Alter, da snackt sich jemand gerade mein Feld. Ich glaub's ja wohl nicht, Alter. Da hat gerade jemand einfach mein Feld abgebaut. Ach nee, da hast du mich auch reingeworfen. Was geht bei denen ab, Alter? Dieser Risog-MC, ne, der hilft mir die ganze Zeit einfach so. Der baut mein Feld ab und wirft's mir hier rein, schön. Der macht's. Du bist voll freundlich, ey. Läuft bei dir. Ich hab Freunde gefunden. Okay, ich würde mal sagen, so langsam verabschieden wir uns schon wieder. Wir haben doch noch drei Minuten. Ja, wir haben jetzt, ich sag jetzt einfach mal so. Wir haben die restliche, äh, wie soll man sagen? Hier, die restliche Rundtour bei mir in einer Folge gemacht. Moinsen. Und, was? Was? Wupp. Okay. Oh, guck mal, mein Haus sieht so schön aus, ey. Wunderschön, ja, das ist weggebombt. Ich treffe dich wieder an. Alter, das wär's jetzt noch. Das dritte Mal sterben in der 20-Minuten-Folge, Alter. Junge. Das wär's, ey. Oh, Schinken. So, und Leute, ich glaub... Ich hab grad zu Knochen Schinken gesagt. Lecker Schinken. Ach, da ist Schinken. Siehste. Boah, Leute, ich glaub, nächste Folge werden wir mal ein bisschen erkundigen. Hier, jetzt hab ich nämlich schon so... What? Was ist passiert? Sag nicht, du hast noch einen Creeper in die Luft gejagt. Was ist denn das hier? Das kommt jetzt frisch hinter. Was ist passiert? Ein verrücktes Huhn auf dem Kopf. Komm rüber. Ich werde von dem Skelett angegriffen. Ich muss abhauen, okay. Ich muss das Skelett angreifen. Boah, du blöder Skelett. Oh, tot. Oh, Mann. Ich hab nur noch zweieinhalb Hungerbalken. Komm, 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 schnell, schnell. Ich kann nicht rennen. Scheiße, wo bist du? Wo bist du? Oh, wo bist du da? Ich bin nicht hier hochgekommen. Komm. Okay, komm. Komm her. Okay. Pass auf. Nicht so schnell. Hier. Hier, hier. Guck dir die Hühner an. Was? Junge, was ist los mit denen, Alter? Boah. Oh, Junge, was einfach für eine Folge. Ich glaube, die letzten 30 Sekunden oder was werde ich jetzt noch nutzen, hier ein bisschen rumzulaufen. Boah, ist echt schön geworden alles hier. Okay. Boah, das ist so episch. Ich fange mal meine Aufnahme. Oh, mein Gott. Hier mit dem Abschluss mit diesen lustigen Hühnern. Sie machen wohl Comedy. Oder sowas. Das ist die übelsten Comedy. Das erinnert mich irgendwie an einen Sender, der einen Huhn als Markenzeichen hat. Ich glaube, das war RTL. Ja, bestimmt. Okay. Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Schaut beim Wollerden vorbei. Er ist natürlich auch in der Beschreibung. Taus mal verlinkt. Ja. Und der Kleister hat die ganze Beschreibung voll mit meinem Namen. Yo. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Halt rein. Ich habe Lederhösen. Und dann würde ich sagen, verabschiedet worden für diese Folge. Und ja, ich bin langweilig. Und ja, ich bin voll behindert. Und wenn ihr die Folge jetzt bis hierhin angeschaut habt, dann schreibt doch einfach mal. Alter, wir überziehen. Junge. Okay, ich überziehe. Das ist mir egal, weil ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen und das ist ja auch egal. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bleibt schlammisch. Tschüss. 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 Tschüss.